Guten Tag und herzlich Willkommen. In diesem Video geht es um Gase. Als Vorkenntnisse solltet ihr Wissen über Aggregatzustände mitbringen. Vorteilhaft wäre, wenn ihr den dazugehörigen Film angeschaut habt. Ihr solltet wissen, warum es sich bei Atomen, Molekülen und Teilchen im Allgemeinen handelt. Außerdem wäre es schön, wenn ihr den Begriff Druck bereits kennt. Der Begriff Teilchenbewegung sagt euch etwas. Ziel des Videos ist es, euch das grundlegende Wissen, welches ihr in Naturwissenschaft und Technik über Gase braucht, zu vermitteln. Das Video habe ich in sieben Abschnitte untergliedert. 1. Druck. 2. Normaldruck. 3. Quecksilber. 4. Ideales Gas. 5. Allgemeines Gasgesetz. 6. Absoluter Nullpunkt. 7. Mollvolumen. 1. Druck. Wenn auf eine Fläche A eine Kraft F wirkt, so kann man eine neue physikalische Größe definieren. P ist der Quotient aus F und A. Man bezeichnet P als Druck. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten. Vielen Dank.